Herzlich Willkommen, 20. internationales Tidgeridoo-Treffen. Ich freue mich. Die, die es sehen, sind ja nicht dabei, haben die Perket. Es ist wieder gigantisch. Die früher jede Menge verrückte Sachen. Also viel Spaß heute Abend. 20 Jahre. 20 Jahre. Wow. 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre. Twenty Jahre. 20 Jahre Und hier sind wir ein gratis. Ein Hause geschämenて. Wah macemamäin separate. Arbeit nicht lange tun am proportion des hoektextenenenenenaren Ah, wie geht's da doll? Ja, 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 ich bin eigentlich nicht so der große Redner, aber es ist wirklich was Besonderes. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich möchte mich wie jedes Mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ja, wie geht's da doll? wenn ihr hier seid, die drei Tage und wir werden das auch weiterhin so halten, auch nach den 20 Jahren. Das haben wir auf jeden Fall vor. Wir werden jetzt anfangen mit der Open Stage, die wusste ich trauen über die Anlage zu spielen. Und so daher wünsche ich euch von Herzen einen ganz tollen Abend. So ihr Lieben, es ist natürlich besonders schwer, nach so einer Ansage als erstes hier zu stehen. So ihr Lieben, es ist natürlich sehr, sehr nehmt. Musik 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 Das ist wirklich ein schönes Event, geile Location, immer diese Werbung. Und jetzt müssen wir mal gucken, ich denke, ihr seht sie nicht alle. Hier steht die Iune mit ihrer Indianerflöte. Das finde ich richtig genial. Und ich bin jetzt als Nächste. Vielen Dank. 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 bei den Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren, da habe ich noch Bäume ausgerissen, heute gehe ich aus dem Archimand die Schmerzen von der Leitkirche und so ist es auch heute Abend. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen. Ich fühle mich wie dein Vater, der ist gerade 82. So kommt es mir ein bisschen vor. Das Problem ist, vor 20 Jahren hatte ich sechs Auszubildende. Ich weiß nicht. Wer war vor 20 Jahren da? Wer war da von meinem… Robi und Co. So, also wir haben, wir haben unser Mädelskant aus dem Osten, heute, ich habe seit acht Jahren keine Bewerbung mehr. Also sagt euren Kindern, euren Enkel, geht in die Hotellerie und da was bleibt sie. So, wer macht das dann? Es gibt ein paar Leute und wir machen kräftig weiter, aber wir brauchen Leute. Wir brauchen Leute. So, wir brauchen Leute. So, wir brauchen Leute. So, wir brauchen Leute. Das war's. 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 Das war's.